Was bedeutet Kirche zum Anfassen? Hallo Paul, danke, dass du dir kurz Zeit nimmst für ein kurzes Wortstatement zum Thema Kirche zum Anfassen. Und dann gleich die erste Frage. Was bedeutet für dich Kirche zum Anfassen? Also viele Dinge, gerade wie das Thema Glaube oder Bibel oder Hoffnung, das ist irgendwie schwer zu begreifen. Aber gerade Kirche hat das Ziel, dass da Menschen das konkret begreifen können. Und in dem Sinne haben wir auch unsere aktuelle Gemeindezeitung mit der langen Nacht der Kirchen, auch diese Kirche so zum Anfassen. Das bedeutet es. Und wo wird das für dich dann konkret, dieses Kirche zum Anfassen, oder dass die Kirche angreifbar ist? Also die Stärke der Grazer Kreuzkirche ist dieses Miteinander, wo Menschen sich begegnen, wo Leute sich austauschen mit ihren Sorgen, mit ihren Ängsten, mit ihrem Glauben, mit ihren Hoffnungen und sich darin stärken. Da wird das ganz konkret. Und ich glaube, deswegen kommen die Leute auch gerne her. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch.